So, hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Mistys Failstunde. Ähm, ich zocke aus Faden und nicht, weil ich's kann. Nein, 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 äh, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dreamland. Ja, im letzten Part habe ich, ähm, ziemlich gefailt, würde ich mal sagen. Und das Spiel ist irgendwie echt schwerer, als ich es in Erinnerung hatte. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Und ich muss jetzt das komplette Level nochmal von vorne machen. Oh Gott! Nein, wir sind hier nicht bei Super Mario. Ich muss es immer noch lernen. Ähm. Oh Mann. Ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Ich geb's ja zu. Aber in welchem Spiel bin ich das nicht? Andere Frage. Aua! Alter, letztes Mal hat der nicht so weit geschossen. Ja, komm. So. Da ist noch ein drittes von den Viechern. Aber scheiß drauf! Ich bin jetzt hochkonzentriert. Ich zieh das jetzt durch hier, diesen Part. Zack. Ich hab nämlich grad keine Lust, das alles nochmal zu machen. Oh, nicht schon wieder einer von denen. Ich flieg jetzt einfach über den drüber. Ha, 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 ha. So. Das war jetzt vielleicht leicht schieben, aber egal. Ja, 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 ja. Geht einfach weg und lasst mich in Ruhe. Mann, 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 Mann. Ja, 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 du auch. Geh einfach weg und lass mich in Ruhe. Genau. Ihr Scheißgeister oder was auch immer ihr... Nein, 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 ich hab's falsch gemacht. Und, okay, es explodiert von selbst, ähm, nach einer Zeit. Au, aber kommt dann auch wieder. Peng. Und, ja, es macht mir Schaden, wenn ich da stehe. Scheiße, Mann. Was? Äh, äh. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Na, ne, ich hab beinahe wieder denselben Fehler gemacht wie eben. Alter. Oh, Mann. Genau, hier muss ich jetzt auch wieder durch. Ja, es war so klar. Nein, ich reg' mich nicht darüber auf. Nein, warum sollte ich mich darüber aufregen? Gott. Da hinten war nichts. Das hab' ich jetzt schon öfters nachgeguckt. Mh, das Viech. Boah, was? Oh, nein. Oh, Gott. Okay. 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 Ich reg' mich nicht auf. Nein, ich reg' mich nicht auf. Ich sitze hier im Schlafzimmer. Mein Freund ist neben mir im Zimmer und, ähm, keine Ahnung, was er da macht. Aber ich reg' mich nicht auf. Nicht, dass der gleich noch reinkommt und... Oh, Gott. Guckt, was ich hier für eine Scheiße baue. Guck mal, ich hab' genauso viele Leben wie du, du scheiß hässliches Viech. Ich... Ja. Boah, kotzt mich das grad' an. Aber... Ich reg' mich nicht auf. Nein, mir geht's gut. Guck mal, was ich hier für eine Scheiße baue. Auch wenn ich schon wieder nur zwei Leben habe. Und nur noch ein so'n Ding hier. Oh, Gott. Aber genau, hier kann ich mich ja auffüllen. So. Ich hab' dich kalt gemacht, du scheiß Viech. Genau, hier muss ich vorsichtig sein. Ach ja, jetzt kann das. Ach, scheiß doch drauf, ey. Okay, ähm. Ja. Ich muss da hoch, oder? Ja, genau, das war dieses scheiß Level mit den ganzen Monstern, die alle von allen möglichen Richtungen kommen. Aber ich glaube, ich nähere mich dem... Ja. Da bin ich auch schon. Dem Bossfight. So, okay. Oha. Mann. Der soll mal runterkommen, oder was? Ich weiß es doch nicht. Wie soll ich denn eigentlich reinkommen? Ich kann doch nicht springen, oder doch, mit dem... Ops. Äh, jetzt hab ich auf Pause gerückt. Sorry. Verklickt. Kann ich springen, irgendwie? Was zur... Au! Ups. Stimmt ja, die Leertaste war ja beim... Visual Boy Advance die, ähm, Taste für... Ja. Doppelte, dreifache Geschwindigkeit, oder... Ach, jetzt kommt er runter, ne? Ist klar. Ja. Ernsthaft jetzt. Also, so langsam reißt mir jetzt echt der Geduldsfaden. Komm jetzt runter, du... Hässliches Drecksteil! Oh, Gott. Ich hatte die... Das spielt echt... Einfache in Erinnerung. Ja, genau. Ja, ist klar! Du hässliches Scheiß wie ich! Okay. 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 Jetzt hätte ich sie erwischen müssen! Oh, Gott! Jetzt habe ich sie erwischt. Wow! Und ich bin gleich tot! Yippie-yay! Ich wette, jetzt kommt es gleich wieder runter. Nee. Es war so klar! Es war so! Nee! Oh, nee! Sorry, Leute! Ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich muss mich jetzt erst irgendwie abreagieren. Oh, Gott! Ich hatte das Spiel echt einfacher in Erinnerung. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ähm... Ja. Ich beende den Partes an dieser Stelle. Er ist dann ein bisschen kürzer als die letzten Parts. Aber egal. Es lohnt sich jetzt eh nicht, das Ganze nochmal neu zu machen. Boah! Regt mich dieser Scheißboss auf, ey! Puh! Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Sollte es einen nächsten Part geben, ich kann es euch noch nicht versprechen. Ähm, ja. Ciao. So! Ich versuche es jetzt nochmal. Ich gebe so schnell nicht auf. Ähm. Wir gehen jetzt nochmal da rein. Ups, und ich sollte vielleicht meinen Cursor aus dem Bild nehmen. Ich weiß nämlich jetzt, dass ich auch springen kann, während ich was im Mund habe. Das wusste ich eben nicht. Jetzt weiß ich es. Nein, das hat sich nicht falsch angehört. Ich wäre doch gelacht, wenn wir den nicht packen würden. Und ja, ich habe mich abreagiert. Warum habe ich eigentlich noch zwei Leben? Scheiße. Das sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe nur noch ein Leben. Aber er hat auch nur noch zwei Leben. Komm, ich packe den jetzt hin. So. Ups. Nein, 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 nein! Ah. Es war... Knapp! Nein! Okay. Jetzt habe ich volles Leben. Jetzt versuchen wir es. Los, spuck deine hässlichen Typen aus. Komische, hässliche Wolke mit Stacheln und einem Auge. Ich habe keinen Plan, was du darstellen sollst. Oh Gott! Das ist ein Kinderspiel! Das kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt mache ich dich kalt. Hab dich! Oh Gott, endlich. So, ich habe es geschafft, Leute. Yay! Endlich! Das war jetzt aber auch ein Scheiß-Gegner. Cool. Okay. Was ist zur Hölle? So, ähm, an dieser Stelle beende ich den Part jetzt mal eben. Denn ich würde sagen, die nächsten Level, das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir das jetzt anfangen. Ja, das starten wir im nächsten Part. Okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao! Ciao!